Herzlich willkommen heißt sie Dr. Dr. Robert Wiedemann und sein Team in der Praxisklinik Allgäu in Kempten. Die zertifizierte Praxis mit Klinikstandard ist seit 1996 Ihr Ansprechpartner für Behandlungen von der Weisheitszahnentfernung über Zahnimplantate bis hin zum Facelift. Dr. Dr. Robert Wiedemann ist Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Fachzahnarzt für Oralschirurgie, zertifizierter Implantologe und erfahrener Schönheitschirurg. Ausgestattet ist die Praxisklinik mit modernsten Behandlungsräumen, einem eigenen Operationsbereich und einer Schönheitslounge mit integriertem Kosmetikstudio. Das Leistungsspektrum der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgischen Praxisklinik basiert auf den drei Säulen Oralschirurgie, die Entfernung nicht-erhaltungswürdiger Zähne, Weisheitszahnentfernungen, Wurzelspitzenresektionen, Zahnfleischoperationen, Implantologie, das Einsetzen von Zahnimplantaten und den eventuell dazu notwendigen Knochenaufbaumaßnahmen und Gesichtschirurgie, die Entfernung von Hauttumoren, Narbenkorrekturen sowie die Schönheitschirurgie von Botox, Faltenunterspritzungen über Lidkorrekturen bis hin zum Facelifting. Unser oberstes Ziel ist es, sie optimal zu behandeln. Eine umfassende Diagnostik ermöglicht eine individuelle Beratung. Das medizinische Aufklärungsgespräch, in dem all Ihre Fragen beantwortet werden, bildet die Grundlage und Basis für jede erfolgreiche Behandlung. Patientenbetreuung ist unsere Stärke. Unser hochqualifiziertes und motiviertes Team betreut Sie in unserer Praxis bei angenehmer und entspannter Atmosphäre. Eine exakte Terminplanung und Abendsprechstunden für Berufstätige gehören für uns selbstverständlich zu einem guten Service. Eine gelungene Operation kann nur durch ein professionelles Team durchgeführt werden. Deshalb legen wir größten Wert auf eine regelmäßige, intensive interne und externe Weiterbildung. So sichern wir Ihnen auch in Zukunft höchste Qualitätsstandards. Die Praxisklinik verfügt über einen separaten OP-Bereich, der von der Bayerischen Ärztekammer als Klinikstandard zertifiziert wurde. Hier sind alle Eingriffe auch in ambulanter Vollnarkose möglich. Im dazugehörigen Aufwachraum, der mit den modernsten Überwachungsgeräten für alle wichtigen Körperfunktionen ausgestattet ist, werden Sie von unserem Anästhesisten mit seinem Team überwacht. Unsere Praxisabläufe wie zum Beispiel das strahlenreduzierte digitale Röntgen oder die sterile Instrumentenaufbereitung erfolgen nach einem von der Regierung von Schwaben ausgezeichneten Qualitätsmanagement. Sollte eine stationäre Behandlung zum Beispiel nach Unfällen nötig sein, stehen jederzeit Betten in der von uns geleiteten Abteilung für Mundkiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Kempten-Oberallgäu zur Verfügung. Unbeschwert lachen zu können, gibt Selbstbewusstsein und Lebensqualität. Mit Zahnimplantaten können wir bei verlorengegangenen Zähnen Ihnen Ihr strahlendes Lächeln wieder zurückgeben. Die Möglichkeit, verlorengegangene Zähne künstlich durch Implantate zu ersetzen, erschließt ungeahnte Möglichkeiten der prothetischen Versorgung. Die Vorteile sind An Zahnimplantaten können aber auch Halteelemente zur Befestigung von Prothesen angebracht werden. Dies alles führt auch zur Verhinderung des Knochenabbaus und letztendlich zu einer Steigerung der Lebensqualität. Um für die prothetische Versorgung eine möglichst optimale Positionierung der Implantate zu erreichen und wichtige anatomische Strukturen zu schonen, erfolgt vor jeder Implantation eine genaue Vermessung der Kieferknochen. Anhand dieser digitalen Diagnostik erfolgt auch mit Hilfe von Modellen eine computergestützte Operationsplanung. Die eigentliche Implantation findet ambulant unter lokaler, schonender Betäubung statt. Nach der individuellen Einheilphase von mehreren Wochen können die Implantate prothetisch versorgt werden. Wir bieten Ihnen die langjährige Erfahrung vieler tausender erfolgreicher Implantationen. Nicht nur deshalb sind wir auch Weiterbildungspraxis aller implantologischen Fachgesellschaften in Deutschland. Das Gesicht macht einen Menschen unverwechselbar. Es ist Ihre persönliche Visitenkarte. Als Praxisklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie sehen wir neben schönen Zähnen die Ästhetik und Schönheit Ihres Gesichtes als wichtigen Baustein für ein formvollendetes und harmonisches Empfinden. Es gibt viele Gründe, sich für einen ästhetischen Eingriff zu entscheiden. Meist besteht der Wunsch, länger attraktiv und jünger zu erscheinen. Denn nicht nur im gesellschaftlichen und privaten Bereich, sondern auch im Berufsleben spielt das äußere Erscheinungsbild eine immer wichtigere Rolle. Dabei können wir Ihnen behilflich sein. Im Rahmen der Schönheitschirurgie reicht unser Behandlungsspektrum von Botox über Faltenunterspritzungen mit Hyaluron und Narbenkorrekturen sowie Lippenmodelling, Augenlidkorrekturen bis zum Facelifting. Ausgezeichnete ästhetische und natürliche Ergebnisse steigern Ihr Selbstbewusstsein und geben Ihnen neben Ihrer neuen Schönheit die Zufriedenheit, die Sie sich wünschen. Unser Ziel ist immer die Wiederherstellung eines natürlichen, frischen und strahlenden Gesichtsausdruckes. Seit 2011 hat die Praxisklinik Allgäu Ihr Angebot mit der Eröffnung der Schönheitslounge Beauty Sky erweitert. Hier bekommen Sie in entspannter Atmosphäre eine individuelle Beratung und Behandlungen rund um Ihre Schönheit. Im integrierten Kosmetikstudio bieten staatlich geprüfte Kosmetikerinnen ein Verwöhnprogramm, das auf die Schönheit des Einzelnen wirkt. Lassen Sie sich bei exklusiven Gesichtsbehandlungen verwöhnen. Für die Vor- und Nachsorge nach einem Schönheitschirurgischen Eingriff oder bei kosmetischen Gesichtsbehandlungen für Problemhaut bietet das Beauty Sky die richtige Umgebung und das passende Ambiente. Zum Wohlfühlen bietet das Kosmetikstudio auch Körperbehandlungen an. Durch verschiedenste Massageformen können Sie Körper und Geist entspannen lassen und sich nach einem Aufenthalt wie neu geboren fühlen. Neben dem Engagement für seine Patienten setzt sich Dr. Dr. Robert Wiedemann persönlich mit dem Wiedemann Stiftungsfonds auch für soziale Projekte im Allgäu ein. Mit dem von mir 2011 gegründeten Stiftungsfonds sollen Projekte der Kinder-, Jugend- und Altenhilfe im Allgäu und in Kempten unterstützt werden. So konnten wir bereits das Kinderkunstfest, die jährlich stattfindenden Schultheatertage und mehrere Aktionen der Streetworker in Kempten unterstützen. Weitere Informationen über den Stiftungsfonds, unsere Projekte, Aktionen und die Spendenmöglichkeiten finden Sie auch auf unserer Homepage. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie uns unterstützen würden.